So, hatten wir schon mal in die Kisten geguckt? Scheinbar nicht. Und wo geht's hier hin? Sehr schön, sehr schön. Das sah jetzt so aus wie ne Rakete. Ne Rakete. Hm. Sehr gut. Mit der Lackierpistole können wir glaube ich nichts weiter anfangen. Ja, ich glaube hier gibt's nichts mehr für uns zu holen. Gut. Können wir hier nochmal einen Blick in den Terminal werfen. Ah, Nachtpirscher. Scharfschützenkarabiner? Nein. Können wir das denn irgendwie reparieren? Nein, können wir nicht. Äh, okay. Achtung. Fertig. Kämpfen. Scharfschützenkarabiner? 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 Scheiße. Waffe ist schon wieder leer. Böse Wichter wurden besiegt. Das will ich auch schwer hoffen. Achtung. Fertig. Kämpfen. Ruf zu Ende. Na, worum müssen wir denn jetzt hin? Da hatten wir alles. Zurück zur Denkfabrik. Wirden wir beobachtet? Sehr gut möglich. Upgrade. Holoband erhalten. Sekundärmaterial. Mulchen. Funktion wird verbessert. Bleistifte und Klemmbretter werden zu Blei. Ersatzteilen und Klebeband verarbeitet. Grüße, Bürger. Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Du machst also leere Bücher, wozu es ist im guten Moment nichts. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie loyal, Bürger. Ja, das will ich hoffen. So, welcher war das hier? Lichtschalter 1. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf intelligente Lichterfunktionen. Plus 2 Intelligenz, plus 5 Reparieren, plus 5 Wissenschaft für 3 Stunden nach erster Bestrahlung. Wie kann ich sie erleuchten? Äh, kannst du diese Lichter für mich anders machen? Das kann ich sicher. Licht aus. Intelligent Lichter, plus 5 Reparieren, plus 5 Wissenschaft für 3 Stunden nach erster Bestrahlung. Ich hab dir die Faust besorgt. Ich bin ein... Das haben wir schon gehört. Äh, scheinst du mir aber sehr entspannt zu sein. Warum auch nicht? Muss mir nichts beweisen. Nicht wie dieser Toaster. Der Junge hat echt Probleme. Äh, reden wir über was anderes. Leg mal los, Mama. Äh, später. Wir sehen uns. Vielleicht. Vielleicht. Äh, hier noch was. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Stimmungslichterfunktionen. Plus 2 Charakter, plus 5 Reparieren. Wissenschaft für 3 Stunden nach erster Bestrahlung. Oh, sie sind zurück. Hat das andere Lichtschalter-Flittchen sie endlich vor die Tür gesetzt? Kannst du diese Lichter für mich annachen? Darauf können sie wetten. Ich schätze, das ist mehr als das andere Flittchen kann, was? Stimmungslichter. Plus 2 Charakter, plus 5 Falschen, plus 5 Sprache für 3 Stunden nach erster Bestrahlung. Bestand der Beleuchtung. Ran damit. Du ahnst es nicht. Wollen Sie meine Knöpfe drücken? Das, glaube ich, habe ich schon getan. Haben wir noch was für den Toaster? Ja. Dass die Welt schon im nuklearen Feuer verbrannt ist, oder? Bald werde ich. Was? Wirklich? Ja, ein paar Jahrhunderte früher, um genau zu sein. Ich habe ein paar Toaster für dich. So, so. Was haben wir denn hier? Noch einen unschuldigen kleinen Toaster? Komm her. Ich tu dir nicht weh. Haha. Reingelegt. Oh ja. Der süße Geruch von verschütteten elektrischen Innereien. Die spreuen in die Oden. Dafür lebe ich. Verdammt nochmal. Toaster und Geräte verarbeiten. Saturniert, Faust super erhitzen. Super erhitzte Saturnit-Faust hinzugefügt. Hast du noch mehr süße, unschuldige Küchengeräte für mich? Ne, ich muss los. Hier, fliehe vor meiner schrecklichen Macht! Ja, okay. Können wir dir noch irgendwas? Oh, bitte! Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee-Tassen mitgebracht hast! Äh, nein. Na klar. Erweiterungsholoband erhalten. Lüg, Waffenmod, Hilfsaufladechip wird zu Verkaufs-Maschineninventar hinzugefügt. Prisma-Linse wird hinzugefügt. Womit kann ich dienen, Sir? Äh, kaufen. Servus, Sir. Darf ich wagen anzudeuten, dass nach meinem Dafürhalten ein neuer Filtshut sie ganz hervorragend kleiden würde? Alter, ich hab meinen Heiligenschein am Start. Ich brauch sowas nicht. Ähm. Äh, Mentaten-Mentaten-Futter. Hm, die nehmen wir schon mal. Die nehmen wir und die... Plink. Ja, und ich würd' sagen, dann gucken wir mal, was wir denn hier noch... ...so... ...entbehren können. Ah, ne Power-Rüstung. Wow. Kann ich aber eh nicht anziehen. Munition. ...verstehe ich nicht. Auf einmal so viel Elektronen-Akku. Energiezelle Maximalladung. Überladung. Miniatom-Bombe-Rakete. Miniatom-Bombe-Rakete. Was haben wir denn sonst noch so an... ...Gegenständen, die wir mal verscherbeln könnten? Der HD-Zylinder. Ich glaub, ich werd' den nicht brauchen. Genau wie für den... ...schweren Rahmen... ...für den 44er. Das Visier auch nicht. Die brauch' ich auch im Grunde nie. ...die... ...10mm-Pistole, Schalldämpfer. Frag mich, warum ich den nicht an meine... ...ach so, der ist für die Pistole. Was ist das für die Pistole? Äh, 9mm. Weg damit. Altmetall können wir mal umwandeln. Bier. Blei haben wir noch ein bisschen. Das ist die Waffe. Hier Datura Gegengift. Deaktiviertes Bombenhalsband. Energiezellen. Fancy Let's Kuchen. Ah, der Flammenbrennstoff. Genau. Den können wir mal komplett weghauen. Ah, klar, Mann. Die brauchen wir immer mal wieder. Hydras auch. Die Impulsgranaten. Heftchen. Informatik Intim. Kaliber 20. Brauchen wir nicht. Leere Spritze. Alle weg. Leere Stinarus. Leere Stinarus. Zerstörte. Auch weg. Von den MREs könnten wir auch mal welche verscherbeln, ne? Acht Stück. F-Zelle. Minigun gedämpfter Rahmen. Die verkaufen wir nicht. Spanzer, Büchse, Schalldämpfer. Die 4D-Storage. Psycho. Brauchen wir auch nicht so viele. Red X. Brauchen wir auch nicht so viele. Schon wieder eine Rakete. Ach, das ist so eine Rakete für die, hier, für den roten Schein. Genau. Saftiges Grün. Geht doch. Schmutziges, das, 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 das. Selbst ist da ein Zimor. Ein Hund. Die Splittermine können wir noch verscherbeln. Dö, dö, dö. Supererhitzte Saturnitfaust. Tun wir nix mit. Weg damit. Verrückter Wissenschaftler OP-Klamotten. 262. Ah, hier, Vorkriegsgeld. Genau. Wunderkleber. 17 mal Wunderkleber. Wofür auch immer. Die können sie nicht gebrauchen. Aber das akzeptieren wir mal. Und zahlen da wirklich nur ein schmales Geld. Und können jetzt unsere Waffe mal updaten. Was? Was? Warum geit halt nicht? Äh? Warum kann ich nicht? Warum geit halt nicht? Ja, das ist ja schäbig. Ähm. Was müssen wir denn noch machen? Was? 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 Was?